Neumann Neumann In der Situation kann man doch nicht die Hand heben Das wäre Tusch gewesen, oder? Der hat sich verletzt gemeldet Aber oben kann ich auch schreien Stopp, stopp, stopp Sein Mann gibt auf Ja Was? Ey, witz Zwei einströchen Schiri Lasst die Frauen rot, die sind schwanger Feuer! Ja! Komm! 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 Stefan, Hand hoch! Jawohl! Fertig! Nicht zu fest! Rot passiv! Rot passiv! Was ist denn das? Ja! Aktion Rot! Rot passiv! Aktion! Es geht! Is geht! Ein! 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 Rot macht gar nichts! Rot passiv! Ich darf nicht passiv werden! Ich darf nicht spielen! Immer wieder einen armen Kopf greifen! Also so einen Schiri hab ich echt noch nie gesehen! Ist ja auch kein Schiri! Schiehst du sie denn? Was ist denn dein Arm im Kopf? Was darf für Wertungen fehlen? Ich hab einfach nur einen Kopfschüttel! Vor allem wenn ich in dich für mich fände, gefährliche Lage feucht er ab! Ja? Im Griff! Verarbeiten! 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 Lass die Frauen rufen! Sie wird Mutter! Hä? Ja, das ist spannend! Das sieht man! Ui! 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 Der hält doch nur Mensch! Der hält doch nur Rot-Paffi! Jens, nicht nachpassen! Ey, wenn Rot in der Aktion geht, dann wird das auch gemacht. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10! Das ist der erste Fest! Du bist der Heldorδα! B decíak! Vielen Dank.